hallo und herzlich willkommen ich bin heute wieder nach dem ticket und heute habe ich das spiel merchant dragons viel spaß und da sind wir auch schon wieder seit übrig 16 stunden machen wir mal gleich die runde oh Oh. Oh. So. Immer schon fünf miteinander kombinieren. Nicht genügend Platz. Sogar noch Platz da. 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 wir wollen nicht mehr wir wollen nicht mehr Oh, Kostnowska. Ach, wie schön. Ist immer so leise hier. Die Box aus. Ah, ok. Ok, los geht's. Was ist das? Ok. Jo, fünf Stück. Das ist gut. Ok. 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 Also ich könnte das Spiel schon beenden. Ich möchte erst die Truhe haben und die Mütze. Ok. Okay. 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 Ach. Jetzt schon wieder so eine Truhe. Ich hatte die eine Truhe genommen und dann... Naja. Naja, naja. Ob ich das noch schaffe. Da war ein Ei drinne? Was? Was sollte ich mit dem Ei? Okay. Kastenlos, Kastenlos, Kastenlos. Hm. Oh, da ist richtig oft Zeit, ne? 2 Minuten 42 Sekunden. Hm. Ich probier's mal aus. Okay. 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 Hm. Hmm, 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 snäller, snäller, snäller. Ah, Tomanoahe da. Und los, jawohl. Ach, da ist noch. Was ist los mit mir? Blind heute. Oh. Ich wäre doch jetzt gerade durchgekommen. Hm. So. Jetzt. Nochmal. Konzentrieren. Ich muss mich sammeln. Hört auf die Plätze. Fertig. Nö. Hört nicht. Keine Pokale mehr. Oh. Oh. Einsam. Mö. Nööööö. Und das will ich auch nicht. Was soll ich denn da drücken? Ah, Geschenke. Ah, Geschenke. Oh, entzieht ihr da hin? Okay, hab ich noch einen Zoom. Okay, jetzt mal fünfmal. Okay. Ei, 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 ei. Hier links so viel Sachen rum. So. Da ist ein Erdwinkel. Da ist ein Erdwinkel. Da ist ein Erdwinkel. Hey, hey, my mom. Von mir kann mein Magen so rum. Warte mal, mach mal den da hin. Ach, nein, so wollte ich das doch gar nicht haben. Egal. Hm. Eine Schatztruhe. Habe ich noch eine? Oh, das ist gut. Komm, boh! Was soll ich mit der Wiese? Richtig, damit. Oh, alle Drachen schlafen. Schauen wir mal was da drin ist, eine Münze, nein, naja, Kombo, Kombo, wir müssen eine Kombo machen, das ist noch einer, okay, vier, 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 vier Schauen wir mal für die nächste Kombo. Dann die erst was zur Seite packen. So, 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 so und Kombo. Noch einen. Da. Okay, jetzt probieren wir eine große Dreier-Kombos zu machen. Da brauche ich ein bisschen mehr Platz. Hier habe ich... ... und hier habe ich... ... und hier habe ich... ... hier habe ich... ... und 3, 2, 1 Bang! ... bang! ... Bang! ... 3, 0, ja... ... ... und 3, 2, 1... Und, go. Ja. Und, go. Und, time. Sheen. Und, go. Da ist ja noch einer. Oh, können wir da Kombi machen. Zapp, zapp, zapp. Und, gut. Drei Jahre Kombi. Da. Go. Sheet. Da. Hmm. Das ist sonst noch etwas hier. Da ist noch ein Stern. Münzen sind voll. Was kann ich für Münzen kaufen? Münzlager. Hier ist Geld ausgeben. Hier war ich gerade schon in Münzlager. Oh. 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 Aber alles mit den Diamanten. Ah, hier ist Geld. Ah ja. Rotgras. Das ist Popo-Drache, Gras-Drache, Grüne-Drache und Fels-Drache. Das ist der Fels-Drache. Ah. Upsa. Ah, vier bringt nichts. Okay, dann müssen wir mal Fels-Drache oder was. Ja, hier. Wo ist er? Da ist er. Oh. Hat sich versteckt. Ah. 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 Bum 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 bum. Ich brauche nur noch ein. Eins und eine Pusteglume. Hm, kommen wir mal die Warnier. Okay, kann man nicht kombinieren. Hm, 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 hm. Keine Dreier-Combo. Kommt schon. Ich brauche eine Pusteblume. Eine Pusteblume. Ah, hm. Ich brauche eine Pusteblume. Ich brauche sie ein. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Eine Probe wieder. Okay. Ich denke mal das war's für heute. Ich hab ja hier noch Combos gemacht. Bin auch ziemlich weit gekommen. Glaube ich. Gut. Dann wäre das Ganze. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen wenn ihr bei dir jetzt dabei seid. Ticket abholen. Verlassen. Oh. Schon so spät. Muss gleich los. Scheiße. Mist. Okay. Bis dahin schon. Viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.